Juli Reber, mehrfachen WM-Teilnehmer, auch mit dieser Stute, Dranfrau Ligla Muscoli, Bika Frau Honem und Drehbuch aus Druckholmer, zwölf Jahre ist sie alt. Juli Reber vom Lipperthof, erfolgreicher Ausbilder, Reiter und vor allem auch Züchter. Aureen wünschen wir alles Gute für diese Vorstellung. Und danach dann Kali Zinksheim, Laura Steffes und Mara Staubli. Kali Zinksheim kann sich auf den Weg in den Kollektor. Kali Zinkseim, Laura Steffes und Mara Staubli. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020